Musik 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 Du drinnen? Wir sind alle gegen alle, ja. Eine Kiste ist nur ganz ganz oben. Ganz ganz weit oben. Musst du dich sehr gut hochbauen. Ganz oben auf dem Zipfelchen ist noch eine Kiste. Ich hab die Mega-Kiste erwischt. Die ist doppelt lang, ey. Na! Oh, zum Glück war noch Schutzzeit, alter. Ich glaub so ein Weg am Arsch. Schutzzeit. Ey, da bin ich echt runtergesprungen. Und? Oh, nice, nice, nice. Hat sich gelohnt, der Weg. Kommt schon der erste Wichs... ...Kunde zu mir. Warte mal. Eiße. Eiße. Leck mir doch am Sack, alter. 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 Alter, Junge. Nie wieder. So'n Glück hab ich hier zugebaut. Ich hab mir nur gewusst, dass dieser Bastard kommt. Hacker, hacker, hacker! 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 Hacker, 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 Hacker! Nein! Ich kann ihn da keine werfen. Nee, das macht keinen Spaß mehr, Sky. Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Aufhören für heute. Ich möchte in Bedwurst mal irgendeinen anderen Spielmodus mal spielen. Na dann, in Bedwurst, oder? Aber lass mich hier noch so lange Ender spielen. Dann mach ich Aufnahme mal aus. Wart willst du? Nee, nee. Scheiße, ich hätte lieber meine Enderperle hierfür verwenden sollen. Das ist das für eine komische Map. Das aussieht wie so eine Sonic-Map. Mit den Dinger, mit den Greifen. Wie so Sonic-Art vor. Ach du Scheiße. Was hier auf Gommerswerbe jetzt viel bringen, Leute. Geil, Block. Wart, echt nur für Prämien? Ja. Ist ja auch scheiße, irgendwie, weil den Boss ist ja auch kacke, irgendwie, weil was lohnt sich, das da anzufangen, wenn er sowieso spielt, dann nicht mehr. Du draußen, oder? Nein, ich mach ihn nicht. Warte, nein, ich mach ihn nicht. Warte. Wir wenigstens gehen noch kühlen. Ja. Wir gehen ja bloß falscher Passwort ein, hier noch mal ein. Ja, nein. Ich kann sehen. Hey, hier ist ja keiner. Wie viele Boots vormen sind. Wo sind denn keine Kisten? Problem. Wollt er sich noch mal heilen, dieser Wichser? Alter. Verpiss dich, du Spast. So, warte mal. Block, User. Ich bin auf den Sack mit seinem schwulen TV. So, hab ihn mir blockt. Ich bin auf den Sack mit seinem schwulen TV. Oder will ja nicht wissen, was er guckt. Alter, hat der OP Sachen ja. Habt ihr mal gekickt, den Typen, ja? Warte, wie kannst du denn den kicken? Ich bin ahnung, ich hab einfach, ich hab auf Kick gemacht, da hab ich ihn im Grund eingegeben. Wegen Beschwer... Ich bin in der Mitte, oder? User, join your channel. Man, das eben. Komisch, ein Schmetterling, Fieber. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wo hier der letzte ist, ich seh ihn nicht. Ich hab keinen Plan, wo der ist. Auf jeden Fall... Ah, nee, da hab ich mich rübergebaut. Ich geh mal auf so einer Palme hier. Nein! Ich würde schon gerne die Runde noch gewinnen. Mach, Kind, mach nichts anderes, bitte. Ja, ich bemühe mich nicht anders. Wenn nicht, dann geh er kurz vorm Server runter, dass die Party aufgelöst wird. Mann, ja, ich komm ja schon, Mann. Ich muss erst mal gucken, wo du Mistgeburt bist. Pass mal auf, der hat irgendwas. Da ist er. Ich sag, man sagt, man immer zu viel, dass ich im Bett damit niemand macht, dass er ist, die. Dummett Ding. Ja, stimmt, da ist kein Wort mehr für. Komm, ich meine Wacht, da weiter schlafen. Wo ist denn? Herr, wo du jetzt echt morgen was geimpft? War mir ja Freitag, war? Zum Glück. Ey, die Woche immer schnell vorbei, war? Bei den ganzen Ausfällen... Ist doch logisch. Da ist er, der Bastard. Da ist er. Warte mal. TNT und... Scheiße, kein Feuerzeug. Könnt ihr so geil wegsprengen. Den Typen... Pass mal auf, ich werde den gegen den sogar verlieren. Pass mal auf. Er hat bestimmt eine Angel, wa? Ja. Haut der echt an? Ich hab hier noch Blöcke, äh. Also... Warte mal. Jetzt seht ihr mal, wie das nervt, wenn man mit einer Angel kämmt. Obwohl das eigentlich nicht meine Art ist, aber... Lob, ich muss das diesmal machen, wenn ich mal brauche. Könnte ich auch hier brauchen. So TNT kann ich eh nicht verwenden. Los, komm her, hier. Hat der irgendwas krasset, oder? So. So. Scheiße. Wie hat denn der das gemacht mit... Hat er einfach den... Ist das ein Lamm... 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 Guck mal her, hier. Damit mach ich den sowieso keinen Schaden. So, einfach mal ein bisschen... Wollen wir mal sagen, das Gommelteam gibt sich auch echt ne Menge... Ähm... Mühe bei dem Server. Dit ne lame Sau. Glaub ich auf jeden Fall die größte Lobby, die ich je gesehen habe. So, danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Das war's mal wieder mit einer geilen Skyvers-Folge. Oh, noch so ein Missgutig. Ich mach mal lieber aus. Also Leute, bis zum nächsten... Bis dann und ciao.